Die Epic Pjornic geht weiter auf Scrapyard Hardcore Team Deathmatch. Diesmal werde ich nur tuben oder messern. Haha, leider spielen wir gegen Clan. Sind bestimmt Franzosen und machen bestimmt auch während dem Spiel Franzosen. Sie werden einfach rennen. Mal gucken, ob ich das besser hinbekomme. Nein, ich werfe meinen voll gegen das. Oh, ich habe eine Clamer. Scheiße. Mal gucken. Dang it. Zu spät geschossen. Jetzt erst mal hier. Ach Gott, ich treffe nur die Dinger. Die Flugzeuge, das ist so epic fail gerade. Ein Mann anehe. Ich weiß gar nicht mehr, was das macht. War auf jeden Fall, glaube ich, ein Packier. Oh, habe ich den weggezockt von hinten in den Arsch. Oh. Hey, Kollege. Boom. Oh, ist das geil. Ah, ich werde so viel mehr Trude als Kills haben, aber es ist mir so Schnuppel. Das wird so die Epic Pjornic. Oh, ich bin besser in meinem Team. Oh, ich bin besser in meinem Team. What the fuck. Oh, das wäre es jetzt gewesen, hätte ich den abgezockt. Mit einem Direct Hit. Aber egal. Oh, ich bin Bester in meinem Team. What the fuck. Jungs, entweder habe ich es einfach drauf. Oh, habe ich das gesehen? Wie er gelaufen ist. Ja, eiskalt dachte. Und da fängt's Geflame an. Oh, ich lieb's. Und ich wurde getinkillt. What the fuck. Black, pass auf. Okay, kein Problem. Hättest du Three nicht geschrieben, ich hätte dich eiskalt weggetubt. Wartet mal ab jetzt. Och, den gibt's den, habe ich nicht gesehen. Beziehungsweise gesehen schon, aber zu spät reagiert. Aber, Dreier-Ping, beziehungsweise Vier-Strich-Ping. Ich glaube, da kann mir keiner einen Vorwurf machen. Hey, sag Hallo. Epic, genau, es ist Epic. Wie ich sie hier wegpratz. Oh, und wie ich da gemisst habe, wie die Sau. Und jetzt weggepratzt wurde vom Bullseye. Danke. Neue Muni. Uh, das war, das war ja ein Frack. Gerade. Oh, das ist so Epic-Pionage. Oh, denn jetzt, ich habe noch geschossen. Hat aber nichts genutzt. Ach, Denget, den habe ich nicht. Ne, den habe ich wirklich nicht. Den habe ich auch nicht. Komm her. Oh, Denget, ich wollte ihn messen. Oh, ich hatte mehr, ich brauche mehr Munition für meine Tube. Unbedingt mehr für meine Tube. Mal gucken, wie viele Fracks ich nur mit der Tube hinbekomme. 4 zu 10. Ui, ja, 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 leck mich am Arsch. Da kam, was Großes. Aber wir könnten ja auch ganz assi sein. Hier in der Ecke campen. Wow. Da kamen die Tube's aber zurück hier. So geht dat nicht, Jungs. Der haut die Drohne runter. Du weißt schon, dass da ein Harrier ist, Kollege. Brav, beides runtergezockt. Du hast von mir, du hast mich erschreckt. Von wo denn? Oh, der Erste kommt schon mit Huren so in eine Cheetah. Boom, shakalaka. Hey, weißt du was? Hab das, du Pisser. Du Franschak. Auch wenn du kein Franschak sein solltest. Und hab noch was. Hinter mir. Hinter mir. Ganz fies in den Arsch, ey. Ganz fies in den Arsch. Ah, wo sind sie? Oh, oh, oh. Das... Das war jetzt schlecht von mir. Ich geb's zu. Aber 5,14. Das Erstaunliche ist... Ich bin nicht wirklich schlechter als der Beste von unserem Team. Das ist episch. Das nimmt epische Ausmaße an. Leider dieser... Dieser schreckliche Ping hier. Sonst wär's noch viel epischer. Ach, Niederladen schon. Dang it. Ja, scheiß Huren schön, ey. Sag das nochmal. Halt die Fresse in dem Schwanz aus dem Mund, du Bastard. Das geht ab hier aber. Übelns. Egal, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis denn.